Mmmh, jetzt ein eiskaltes und glasklares Bier. Wer mag das nicht? Für den glasklaren Genuss sorgt KHS mit dem InnoPro EcoStab C. Aber halt, EcoStab ist kein konventionelles Stabilisierungssystem. Klar, die Stabilisierung mit PVPP ist wichtig, um das Bier länger ohne entstehende Trübung lagern und über weite Strecken transportieren zu können. Und es bleibt schön klar. Und das gefällt. Aber der EcoStab hat viele weitere Vorteile gegenüber herkömmlichen Stabilisierungssystemen. Falls Sie schon ein Stabilisierungssystem besitzen, handelt es sich wahrscheinlich um einen Kerzen- oder Siebfilter. Diese arbeiten im Batchbetrieb und nach Erreichen ihres maximalen PVPP-Aufnahmevermögens stehen die Anlagen nicht mehr für die Produktion zur Verfügung. Und da wären wir schon beim ersten Vorteil des EcoStabs. Der InnoPro EcoStab C ermöglicht eine 24 Stunden, 7 Tage die Woche Nutzung, weil er mit drei Modulen arbeitet. Während zwei Module in Aktion sind, wird ein drittes regeneriert und gereinigt. Und dann wird durchgetauscht. Dadurch entstehen keine Rüstzeiten zwischen den Produktionszyklen. Und bei der Stabilisierung mit dem EcoStab wird PVPP via Trübungsmessung zudosiert. Daher erfolgt eine genaue PVPP-Dosage unabhängig vom Suspensionsverhältnis im Dosagetank. Das Bier wird zu keinem Zeitpunkt über- oder unterstabilisiert. Ein Verschneiden ist nicht notwendig. Aufgrund der kurzen Verweilzeiten des PVPP innerhalb des Systems und der ständigen Regeneration eines Teils davon, können bis zu 70% an PVPP gespart werden. Ihren PVPP-Anbieter können Sie natürlich frei wählen. Und sollten Sie mal unsicher sein, berät Sie KHS dazu gerne. Und noch ein entscheidender Vorteil. Anders als bei herkömmlichen Stabilisierungssystemen sind die Mischphasen beim EcoStab aufgrund kleiner Behältervolumina sehr gering. Das spart Ihnen Bier, Energie und Wasser. Und los geht's! Durch seine modulare und kompakte Bauweise ist der EcoStab auch schnell installiert. Ganz nach dem Motto Plug and Produce. Übrigens, den EcoStab nutzen bereits Brauereien rund um den Globus. Ja, Bier, das liegt KHS am Herzen. Schließlich begann für KHS vor über 145 Jahren alles mit der Unterstützung von Brauereien. Und diese geballte Erfahrung steckt nun in InnoPro EcoStab C. Vielleicht ist Ihr Feierabendbier auch von einem EcoStab stabilisiert worden. Auf den reinen Genuss. Prost! KHS Filling and Packaging Worldwide KHS Musik KHS KHS